Moin, Marius vom Comic Planet Osnabrück hier. Wir haben eine kleine Nachricht für euch, die ihr wahrscheinlich aus Nachrichten und Ähnlichem schon erahnen könnt. Wir müssen ab Mittwoch den Laden erstmal zumachen, zumindest fürs normale Tagesgeschäft. Unser Online-Shop bleibt weiter für euch verfügbar, das heißt bei unserem Online-Shop könnt ihr ganz normal weiter bestellen. Und auch für unseren Laden selbst planen wir ein Shop-Konzept, wie zum Beispiel an der Tür abholen, sodass ihr vorher bestellt, was ihr haben wollt und es einfach nur abholt ohne großen Kontakt. Ob das möglich ist, werden wir aber erstmal rechtlich prüfen. Dementsprechend müssen wir schauen, ob wir das so umsetzen können. Auch eine Möglichkeit, dass wir vielleicht Sachen liefern, ist in Überlegung. Aber das steht alles noch erstmal zur Debatte. Da müssen wir erstmal gucken, ob das klappt. Ja, dementsprechend ab Mittwoch leider erstmal zu bis zum 10. Januar. Über weitere Neuigkeiten, ob wir halt diese Türgeschäfte machen können oder nicht, werden wir dann bei unseren Social Media Accounts wie Instagram und Facebook natürlich offenlegen und bewerben. Was noch kommen wird, hier auf dem Kanal ist ein Best-of von mir und Perry beispielsweise von unseren Top-5-Manga und vielleicht noch einzelne andere Manga-Videos, wenn in der Zeit irgendwelche Neuware noch erscheint und ähnliches. Je nachdem, was sich unser Gastgeber noch so einfallen ist.